Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Far Cry Primal. Ich wurde jetzt hier gerade ein bisschen angegriffen. Ich weiß aber nicht von was. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht von was ich jetzt hier gerade angegriffen wurde. Aber wir gehen mal Richtung zu dieser leuchtenden Pflanze hier. Oh, hier können wir nicht mitnehmen. Was ist mit der hier? Können wir die mitnehmen? Nee. Ganz hier strüpp, kann ich nicht mitnehmen. Schade. Oh, was ist hier los? Ey, meinen Bären hier von hinten attackieren. Mann, Bär. Mach doch mal was. Hau zu. Da hinten ist jetzt irgendwas. Ey, sag bloß, jetzt ist die Venja-Eskorte. Ja, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Ich nehme den hier. Bertram, ich nehme den hier. Komm, hier ist erstmal was. Ey, diese hinterfützigen Wölfe. So, hier müssen wir erstmal Gerechtigkeit wieder in die Gegend prügeln. Kann's ja wohl nicht sein. Noch mehr Action irgendwo. So, hier müssen wir nochmal richtig rin prügeln hier. Machen wir mal ein bisschen Hackepeter. Da kommt noch mehr. Alter, kein Problem. Ich bin da, ich bin da. Ich und Bertram machen das. So, nochmal nachprügeln hier. So, schöne Grüße an Ull. Ihr Drecksmaden. So. Plündern wir mal den Flaschklumpen hier. So, das war jetzt Venja-Eskorte oder was? Ich verstehe manche Zeichen nicht. Okay. Wieder Richtung Leuchtfeuer. Würde ich sagen. Wir müssen auch nach unten. Schönes Leiden. Sehr schön. Komm, Bier. Ich will immer Wolf sagen. Komm, Bier. Bertram. Guck, vorher noch einen Happen essen. Oh. Das sind Gegner. Bertram. Ja, hol ihn dir. Hol ihn dir. Sehr schön, mein Kleiner. Sehr schön. Oh, Alter. Hat den gerade eingepisst, oder? Ey, das ist ja hier. Ja, so war es nun mal damals. Ey, ich hab's doch keine Toiletten. Da war die ganze Welt war eine Toilette. Ja, heute siehst du das da. Die ganze Welt ist zugeschissen. So, nehmen wir mal wieder die Keule hier. Und wir gehen mal Richtung Leuchtfeuer jetzt hier. Ich will eigentlich in der Story so ein bisschen weiterkommen. Aber die halten einen ja hier ständig immer auf. Oh, was ist das hier? Ein Hadler? Kann man den antatschen? Nee. Oh. Gegner. Na, hol ihn dir. Na schön. Sind wir hier schon am Leuchtfeuer? Nee, nee. Komm, heil dich mal. Ist es mal noch voll, aber... So, dann geht mal hier die Keule. Anzünden. Anstecken. Sehr schön. Ja, hier, komm. Kannst du mal eine brennende Keule haben? So, sehr schön. Das Ding haben wir eingenommen. Na siehste, sind wir in der Story doch ein bisschen weitergekommen. Steinwacht, Leuchtfeuer. Okay, zwei von 16 haben wir schon. 400 XP, ihr habt das? Sehr gut. Ähm. Gut, dann gucken wir gleich mal, was das Fragezeichen da unten war. Können wir das hier mitnehmen? Nee, das kann man nicht mitnehmen. So. So, können wir hier irgendwas plündern? Irgendwas, was ich noch nicht besitze? So, hier haben wir ein Hütchen. Hier können wir uns schlafen legen, oder was ist hier? Hm. Gut, dann lassen wir kurz gucken. Ach, auf N habe ich das hier. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ähm. Das Ding haben wir jetzt eingenommen. Da unten hätten wir den Tiger. Den Löwen. Schwierigkeitsgrad schwer. Ja. Benötigt Bestien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt haben wir das Ding eingenommen. Dann würde ich jetzt... Was machen wir denn jetzt? Hm. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist unsere Hülle, wa? Signalwall Außenposten. Ach, guck mal, da müssen wir auch hin. Schwierigkeitgrad schwer. Wir müssen uns mal in irgendeine Richtung. Ich würde jetzt gerne zu der Jägerin. Das machen wir mal. Wir werden jetzt, als Auftrag, werden wir jetzt Richtung der Jägerin laufen. So kriegen wir nämlich neue Fähigkeiten auch und so. Ja, das würde ich jetzt mal zelebrieren. Ach so. Machen wir mal markieren hier. So, da würde ich jetzt gerne hinlaufen wollen. Okay, wie sehen die Pfeile aus? Haben wir da noch was? So. Mal wieder 16 Stück. So, Bertram, wir müssen uns jetzt... Wir müssen uns jetzt auf was hier fast machen hier. Ich meine, der Weg wird kein leichter sein. Müssen wir erst mal gucken, wie wir da hinkommen. Wir werden wahrscheinlich hier noch auf einige Venture... äh, auf einige, äh... U-Dum stoßen. Aber das ist kein Problem. Ich meine, ich bin ja da. Ich bin der Uhrzeitsniper. So, lassen wir noch was zu essen mitnehmen. Ach so, die haben einen Wolf gekillt. So. Oh, da sind noch mehr. Lass mal den Jägerblick anschmeißen. Bertram sei auf alles gefasst. Das wird kein Zucker schlecken. Bertram, hol ihn dir! Hol ihn dir, Bertram! Mal ein paar Stöcke mitnehmen. Ja, iss dich mal satt, iss dich mal satt hier. Wann es das nächste Mal was gibt, wissen wir nicht. Streicheln? Ja, komm, wir streicheln ihn mal. Hat er bis jetzt ja ganz gut gemacht. Unser Kleiner. Kommst du denn auf ehemal her? Naja, jetzt tun wir nicht so, als ob das dein Verdienst war, ja? Jetzt tun wir nicht so, als ob das dein Verdienst war hier. Ich glaube, hier könnte schon wieder so ein Dorf sein. Jetzt mal den Blick anschmeißen. Oh, den haben wir gleich mal ins Gesicht geschossen. Den haben wir auch... Den haben wir auch gleich mal mit dir noch mehr, die Drecksau. So. Rappelzappel ist in der Hood. Wir sind wieder back im Dreck. Oh, was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Ja, hol dir das mal. Geh mal weg, das würde ich gerne plündern. Nein, nein, nicht nie. Ach Gott. Na gut, okay. Dachshäuten. Daher hab ich kein Dachsfleisch oder was? Also Dachsfell. Oh. Oh. Oh, da ist der weiße Wolf. Hm, ist doch ein weiter Weg zu der Jägerin. Da vorne haben wir noch ein paar Wölfe. Na geh mal, so weit ist das ja nicht mehr. So weit ist das ja nicht mehr. Alter, der beschmeißt mich. Komm mal, du hast doch wohl den Arsch offen. Du Dreck-Sau. Oh, mal Pfeil anzünden. Genau, ist eine gute Idee. So mal, der hat ja wohl einen Sonja-Team-Hüt gehabt. Ich hab ja beschmissen hier mit so einer Brandbombe die Drecksmade. Höhle von Nazari. Oh, die sieht ja aus. Höhle von Nazari. Habt ihr den Linken gesehen, ey? Wie der ihn da abgezappelt hat? Wir gehen hier. Okay, alles klar. Machen wir vierte. Da ist er. Okay. Wir müssen einen Bären finden. Wir haben einen Bären in der Rückhand. Ich meine, da kann jetzt eigentlich nichts schief gehen. Was bist du denn für einer? Oh, der ist hier durchgebraten. Oh, lass mal Pferde wieder anmachen. Jetzt haben wir die Bärenpferde verloren. Scheiße, jetzt haben wir die Bärenpferde verloren. Ja, hier, hier, hier. Ja, hier. Hier sei laufen. Hier sei abgebogen wahrscheinlich. Scheiße. Scheiße, jetzt brennen wir. Schnellen Happen essen. Folge der Bärenpferde. Wir leuten, der Dachs, der rollt ja immer noch. Kann ich nicht diese Fackel wieder ausmachen? Ja. Einfach nochmal drücken. Ah, Bea. Du nimmst doch hier eine Witterung auf. Ich meine, du musst den doch auch irgendwo riechen. Okay, lass mal die Spuren nochmal genau analysieren. Okay, der ist so gelaufen. Ein bisschen Wolfshaut mitnehmen. Ah, doch, doch. Doch hier lang. Doch hier lang. Doch hier lang. Da suchen. Ist das denn Schlangenhaut oder was? Kann aber auch ein Pilz gewesen sein. Okay, hier ist Blut. Oh, Freunde, hier ist das spannend. Ist das spannend. Hol ihn dir. Laufen wir jetzt hier eigentlich richtig? Grünblatt. Nimm mal ein bisschen Grünblatt mit. Ich weiß ja nicht. Laufen wir jetzt hier richtig? Ja, doch, doch, doch. Hier sind wieder die Spuren. Der Bär scheint verletzt zu sein. Hier oben könnte was sein. Oh, wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich würde aber gerne den Bären hier noch finden. Mal da. Werd dran, mach ihn platt. Ja, ist erstmal was. So, Dachshäuten. Fleisch. Ach, Mann, ist das scheiße hier. Das ist doch aufregend. Aber das Vieh rollt ja immer noch. Okay, lassen wir sich jetzt aber noch ein paar Pfeile mitnehmen hier. Also ein paar Stöcker. Dann können wir jetzt mal ein paar Pfeile machen. Ja, dann würde ich sagen, das wird wahrscheinlich noch länger dauern. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Haut da rein, Zers. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank.